Bitcoin Bullrun bestätigt, nach dem Pump, den wir gestern hier am Markt, insbesondere bei Bitcoin reinbekommen haben, schauen wir uns jetzt gemeinsam an, ja ist das bereits das erste Long-Signal, gehen wir jetzt Long, ist es ein bullisches Zeichen, ist es ein bearishes Zeichen und was erwarten wir dementsprechend jetzt die nächsten Stunden und Tage am Markt. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen zu Beginn erstmal ganz grundsätzlich darauf ein, was hat sich überhaupt in den letzten 24 Stunden getan, da ging es nämlich ordentlich rund und gehen dann rüber in den Chart, ja wie sieht es da aus, welche Levels sind interessant und was können wir jetzt eben ganz konkret erwarten. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über den Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, Bitcoin notiert hier bei den 28.230 US-Dollar und ist damit 3,7% gesehen auf die letzten 24 Stunden im Plus. Eigentlich hat es hier Bitcoin mit am meisten oder Bitcoin mit am besten performt, eigentlich bei den ganzen Coins grundsätzlich hier Ethereum auch noch relativ stark dabei mit 1.600 US-Dollar, hier mit 1,7% gesehen auf die letzten 24 Stunden im Plus. Ja, für die Leute, die es interessiert, was ist hier überhaupt gestern passiert, gehen wir direkt ganz kurz rüber in die News. Und zwar, sehen wir es hier, Bitcoin ist hier mal um gesagt 10% gespiked nach einem falschen Report, dass die SEC eben einen Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock genehmigt hat. Heißt, wir sind da erstmal extrem hoch gepumpt. Daneben das Ganze sich aber als Fake News dann eben hier rausgestellt hat, sehen wir, dass das Ganze auch wieder eben im Endeffekt direkt abverkauft, was wir auch gleich im Chart sehen können. Bevor wir jetzt aber in den Chart gehen, wie immer ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, Long oder auch Short, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So sehen die Signale beispielsweise aus. Bevor wir uns dazu gesetzt haben, das Ganze ist keine Anlageberatung, so traden wir, könnt die Trades nah machen, müsst ihr es aber natürlich nicht. Wir traden auf Budget, gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch darüber registriert, spart ihr euch erstens 10% lebenslänglich an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr hier eben die Signale kopieren möchtet, gar keine Kursabweichungen mehr. TalkNews-Gruppe auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier eben den Austausch der Community haben möchtet oder eben einfach kleinere Trade-Ideen und Updates im Laufe des Tages von unserer Seite aus eben nicht verpassen möchtet. Gut, jetzt starten wir aber auch wirklich rein, beginnend auf dem 4-Stunden-Timeframe und zwar erstmal ganz grundsätzlich für die Leute, die neu sind. Wir gehen davon aus, dass der Boden bei Bitcoin hier hinterlegt ist. Und zwar seit dem All-Time-High sind wir hier in einer WX2-XZ-Korrektur abverkauft, hatten hier in der 16K-Region unsere Mindestziele, dementsprechend hatten wir hier auch erste kleinere Tranchen hinterlegt und zählen demnach die nächsten Aufwärtssymbols hier einmal in Gelb. Demnach ist die Orangenheit 1 hinterlegt und wir kommen hier aktuell weiterhin eben in unsere Orangenheit 2 runter und da hat sich ein was eigentlich zum letzten Update-Video getan und zwar, also grundsätzlich gehen wir davon aus, weiterhin WXYXZ nach unten, nur jetzt einfach mit, oder abweichen davon zum letzten Update-Video, dass wir jetzt erst davon ausgehen, dass wir mit unserem letzten High, das wir eben gestern gesehen haben, unsere grüne X gebildet haben und erst jetzt eben dementsprechend in unsere letzte Welle Z eben runterkommen. Grundsätzlich für die letzte Welle Z hier die 23.800 bis 22.000 US-Ton im Blick behalten, das ist aktuell so unser Primärbereich. Neben diesem primären Count, den wir jetzt hier aktuell auf dem Chart haben, gibt es weiterhin die Möglichkeit, das hatten wir jetzt in den letzten Videos einfach nicht erwähnt, sollte aber mal wieder erwähnt werden, dass wir eben hier einen Impuls bis zu unserem allgemeinen Top hier reinzählen, dann wäre jetzt die Möglichkeit offen, dass wir hier einmal einen Fünfer bis nach unten hier reinzählen, heißt, dass wir hier eine A mit unserem Low hier rechts ausgebildet hätten, jetzt aktuell eine B hochbekommen, um dann eben hier nochmal einen Impuls jetzt eben reinzubekommen und nicht eben wie hier im WXYXZ, dass wir jetzt hier nochmal einen korrektiven Move erwarten. Das wird im Endeffekt aber die Zeit zeigen. Grundsätzlich erwarten wir jetzt erstmal was Dreiteiliges, um dann gegebenenfalls eben nochmal eine 4 und eine 5 reinzubekommen. Das können wir dann aber von den Proportionen abhängig machen. Gehen wir direkt runter auf den Stunden-Timeframe. Ja, wie gesagt, es hat sich ein bisschen was zum gestrigen Update-Video getan, da wir eben extrem, extrem hochgepumpt sind. Wir gehen nämlich aktuell davon aus, dass wir das Ganze hier im WXY weiter hinzählen, jedoch eben mit der X hier einmal im Triangle, die jetzt dementsprechend erst hier etwas weiter rechts drin ist und wir jetzt hier eben mit unserem letzten High dann unsere gelbe Y ausgebaut haben. Haben wir uns auch im letzten Up-to-Dude, Up-to-Date gehalten und auch in der Talk-News-Gruppe in dieser Phase hier, dass es uns einfach zu heikel ist, hier jetzt reinzuschorten, weshalb wir da die Finger erstmal vom Chart gelassen haben. Hat sich auch als richtig herausgestellt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir den Pump natürlich erwartet haben, das wäre Quatsch. Nichtsdestotrotz kam uns das Ganze einfach hier schon ein bisschen komisch rüber, weshalb wir dann eben hier in keinen Short-Trade eingestiegen sind, um eben nochmal ein weiteres Lower-Low mitzunehmen, sondern einfach mal die Finger davongelassen haben und wir sehen, okay, sie sind extrem hochgepumpt, haben wir auch das Golden Pocket genau rausgenommen, 07 macht 6 herausgenommen, deswegen hier relativ hoch eigentlich an sich gekommen. Sollten wir nochmal das High holen, wäre die nächste Haltestelle die 31.000 US-Zoller. Wir gehen aktuell aber nicht davon aus, dass wir das High hier jetzt zeitnah nochmal holen, sondern dass das bereits hier mit dem letzten High eben dann ist. Ja, seit unserer gelben X hier eben, die wir im Triangle gefunden haben, haben wir das Ganze dementsprechend jetzt so gecountet. Einmal mit der A hier nach oben im regulären Impuls, dann hier die B nach unten und jetzt hier aktuell hier die C nach oben. Da hatten wir euch auch die letzten Videos bereits up-to-date gehalten, dass es immer einfach sein kann, dass wir jetzt hier, wenn wir jetzt ein 1, 2, 3, 4 ausgebaut hatten, hatten wir euch hier eben gesagt, okay, es gibt auch die Möglichkeit, dass es sich hier um ein A, B, C handelt, dann würden wir jetzt gleich ein größeres Retracement reinbekommen, dass es jetzt natürlich so gut ausfällt, hatten wir jetzt auch nicht gedacht, nichtsdestotrotz, wie gesagt, gab es einfach die Möglichkeit, dass es sich hier um ein A, B, C handelt, was wir auch aktuell jetzt eben so auf dem Chart haben, dementsprechend ist hier unten unsere rote B drin und dann haben wir uns hier aktuell den letzten Impuls mit der extrem starken 5 eben nach oben bekommen. Genau, dementsprechend ist unsere grüne X jetzt gefunden und wir kommen jetzt aktuell runter in der letzten grünen Z, welche sich standardmäßig nochmal im A, B, C unterteilen würde und da würden wir jetzt einfach erstmal grundsätzlich einen Impuls erwarten, heißt, dementsprechend wäre das jetzt hier erstmal eine 1, wir würden jetzt eine 2 erwarten, dann eine 3, 4 und 5, um erstmal eine übergeordnete A oder die 1 der A, je nach Proportion, dann eben auszubauen. Wir können uns direkt mal die Targets reinladen und zwar nehmen wir uns da einmal unser reguläres Fibonacci-Tracement und ziehen das einfach grundsätzlich bis zu unserem Low, wären jetzt die nächsten interessanten Bereiche hier bei den 29.140 US-Zöller mit Fokus statistisch gesehen auf dem Golden Pocket, kommt hier rein bei den 29.480 US-Zöller. Was vielleicht noch sehr interessant werden könnte, wenn wir jetzt einmal hier unser trendbasiertes Fibonacci-Tracement schnappen und einmal über unser aktuelles Low bis zu unserem letzten High reinziehen, sehen wir 1-to-1-Ratio hier genau bei 0,5er, sollten wir jetzt hier eben eminent hochdrehen, wenn nicht, kann sich das Ganze natürlich nochmal ein bisschen verschieben, aber grundsätzlich hier, deshalb Fokus 0,5er bis Golden Pocket, aktuell, stand jetzt aus unserer Sicht, müssen wir gucken, ob wir da in einen Short-Trade einsteigen, wie gesagt, wenn, halten wir euch da aber auf jeden Fall in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Gehen wir direkt rüber in Ethereum und beginnen natürlich auch hier auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wir gehen auch hier davon aus natürlich, dass der Boden hinterlegt ist und zwar im WXYXZ hier mit der Truncation in der Z haben dann auch hier unseren gelben Impuls bis nach oben gecountert, dementsprechend orange 1 gefunden und wir gehen auch hier weiterhin davon aus, dass wir im WXYXZ nach unten kommen, dementsprechend hier nach wie vor in unserer letzten türkisen Welle Z sind, diese hier Targets bei den 1.400 US-Tall da einfach einen ganz starken Fokus hier drauf legen. Gehen wir runter auf den Stunden-Timeframe, weiterhin gehen wir davon aus, dass die X bereits hinterlegt ist im WXY, wir haben hier auch nicht so einen extrem starken Pump, wie bei Bitcoin eben reinbekommen, was auch nicht zu erwarten war, da wir hier eben sowieso schon relativ weit abverkauft sind, dementsprechend ist die X hier weiterhin unverändert, zum letzten Video hier oben eben gefunden und wir kommen aktuell bereits runter in unserer letzten türkisen Welle Z. Auf dem 5-Minuten-Timeframe wird es jetzt sehr interessant, da gibt es einfach zwei Optionen. Option 1, die an sich eigentlich etwas unwahrscheinlicher ist, wenn man ehrlich ist, dass wir uns hier eben mit 1, 2, 3, 4, 5 jetzt hier eben runterbewegen, heißt im Leading, da wir jetzt eben mit der 4 hier unsere 1 geschnitten haben, dann würden wir jetzt hier eben imminent runterdrehen, einen Impuls erwarten und unser Low noch einmal holen. Wir können uns auch hier ganz kurz mal bereits die Targets reinladen, wenn wir uns jetzt hier einmal die 1 schnappen und eben an unsere 4 hier einmal dranhängen, wären es jetzt hier die 1.496 US-Dollar, die eben sehr interessant werden könnten. Wir gehen aber eigentlich aktuell eher davon aus, dass es sich hier um folgenden Count handelt, da mache ich gerade mal den hier an, dass ihr eben seit unserem Top hier einmal eben nicht dieses 1, 2, 3 counten, sondern eben dann analog eigentlich zu Bitcoin, hier ein A, B, C eben bis zum Low, dann hätten wir dementsprechend hier eine W in diesem Fall ausgebaut, kamen jetzt bereits hoch in der X, welche wir hier perfekt beim 0,5er dann eben gefinisht hätten, um jetzt eben dann bereits in der nächsten Welle Y hier abzuverkaufen. Grundsätzlich können wir auch hier natürlich mal die nächsten Targets hier reinladen, denn dementsprechend würden wir auch hier erstmal den Impuls eben nach unten erwarten. Dann wären jetzt hier einmal nach oben raus die nächsten interessanten Targets wie folgt. Einmal hier unser 0,5er, was wir bereits gehadet haben, bei den 1.602 US-Dollar, sonst hier nächste Haltstelle Golden Pocket bei den 1.611 US-Dollar. Was ich jetzt noch vergessen hatte zu erwähnen, wenn wir gerade vielleicht noch mal auf den 4-Stunden-Timeframe gehen, dass hier über Gordnet grundsätzlich die Option besteht, da werden wir uns gerade nochmal das Ganze hier anmachen, dass wir hier unsere Türkise X im Triangle ausbauen. Die Option muss einfach mal wieder erwähnt werden. Grundsätzlich würden wir jetzt ganz einfach wie folgt haben, dass wir im A, B, C, D, E hier eben nochmal ein bisschen seitwärts laufen. Ist im Endeffekt einfach abhängig von Bitcoin. Wenn wir da jetzt direkt runterkommen, ist diese Option natürlich auch sehr unwahrscheinlich. Dann weiterhin unsere primäre Erwartung, dass wir eben einfach jetzt hier zeitnah weiterhin abverkaufen. Sonst eigentlich grundsätzlich weiterhin möglich, dass wir eben hier das Ganze im Triangle noch austragen, ein bisschen seitwärts laufen und erst dann eben in Richtung Lower Low kommen. Beides relativ viel solltet ihr Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels haben. Uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe wissen lassen. Und sonst würde ich sagen, Trailionair ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.